In fast 10 Jahren auf YouTube habe ich schon einiges gemacht, aber der Erfolg, den ich ausgerechnet mit Strategievideos zu einem 20 Jahre alten Spiel hatte, stellt alles in den Schatten. Selbst meine alten Warframe-Videos, die man durchaus als Prototyp meiner jetzigen Videos zu Siedler sehen könnte, erreichten nie eine so große und wiederkehrende Zuschauerschaft. Jetzt im neuen Jahr möchte ich endlich einen Gedanken umsetzen, den ich schon länger habe. Ich habe in meinem Kanal bisher keinen einzigen Cent verdient und ich möchte meine Videos auch gar nicht auf YouTube monetarisieren. Aber mit dem Kanal sind durchaus laufende Kosten verbunden, allein schon durch mein Schnittprogramm. Ich hatte immer die Hoffnung, dass der Kanal irgendwann zumindest seine eigenen Kosten decken könnte. Und hier könntet ihr ins Spiel kommen. Nach langer Überlegung habe ich eine Patreon-Seite eingerichtet, auf der ihr mir regelmäßig einen Betrag eurer Wahl spenden könntet. Im Grunde genommen eine virtuelle Trinkgeldkasse, aber für Leute, die 3 Euro oder mehr spenden, habe ich ein paar kleine Belohnungen in den Topf geworfen. Wer mit Patreon vertraut ist, wird sicher feststellen, dass es im Moment nur eine Stufe gibt und das ist gewollt. Zum einen sehe ich mich im Moment in keiner Position, etwas zu produzieren, was eine größere regelmäßige Spende rechtfertigen würde. Zum anderen möchte ich keinem von euch Content vorenthalten. Das Highlight dieser Belohnungen ist in meinen Augen, neben meiner unsterblichen, aber nur platonischen Liebe, die Möglichkeit, angeschlossene Beta-Testzahl zu nehmen, wenn ich mal wieder eine Karte remaster oder auch zu Dingen wie der Dark Tribe Mod für Stellaris, in der ich schon länger feile. In den ersten 4 Wochen wird sich außerdem jeder, der die Voraussetzungen für die anderen Belohnungen erfüllt, einen Missionsguide zu einer beliebigen Einzelspielerkarte wünschen dürfen. Kampagnenkarten sind explizit ausgeschlossen, aber User-Karten sind erlaubt. Wenn ihr also eure Lieblingskarte auf dem Kanal sehen wollt, ist das eure Chance. Falls Twitch mehr euer Ding ist, habe ich auch gute Neuigkeiten. Ich erfülle schon seit einer Weile die Voraussetzungen für das Affiliate-Programm und habe nun endlich die Anmeldung durchgeführt. Das heißt, Bits und Abos können nun auf meinem Kanal genutzt werden. Außerdem steht mir nun das Kanal-Punktesystem offen, wofür ich mir noch ein paar Dinge überlegen möchte. Ob und wie viel euch mein Content wert ist, muss jeder von euch selbst entscheiden. Mit meinen Videos wird es weitergehen, egal wie sich das hier entwickelt. Und mein Lebensunterhalt steht auch nicht auf dem Spiel. Eure Unterstützung im letzten Jahr war großartig und ich glaube, dass es dieses Jahr auch so sein wird. Das ist es, was für mich zählt. Und dafür kann ich euch nicht genug danken.